Die Sprengung Die Sprengung Die Sprengung Vielen Dank. Bleib zurück, die bringen dich um. Dann verschwinde von da! Dann verschwinden sich die Dornrückenspur. Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht, aber Olvens Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaub's doch nicht. Dass Olvens Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Runde. Runde. Wie öfter man das sagt, was falsch ist. Ist der Nächste? Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Das kann nicht sein. Okay. Das war's für heute. 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 Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Olvind als tot und der Geröll legen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. 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 Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvind. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvind-Rabatt bestanden. Ich sagte nein. Das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Eren ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Ich werde ihn nicht mit dem Fokus nicht zum Schluss bringen. Ich bin ein in Bewert. Spuren, vielleicht von Ernd und der Garda. Ich brauche sehr viel Säure, um die zu erledigen. Ich brauche sehr viel Säure, um das zu erledigen. Ich brauche sehr viel Säure, um das zu erledigen. Ich brauche sehr viel Säure, um das zu erledigen. Ich brauche sehr viel Säure, um das zu erledigen. Nur der Kampf! Eloin? End! Bleib, wo du bist! Ich mach den Rest! Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säureprallen treffe. Oh! Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Das ist ein Hammer auf Metall! Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Zipper! Aloy! könnten wir uns auf halbem weg genau zur rechten zeit wie immer ja du hattest den schweren teil für mich blieben nur ein paar nachzügler wie schlimm ist es das hier wer braucht schon rippen okay du bist nicht bis in den schrecken gekommen um zuzusehen wie ich verprügelt werde worum geht's die gesandtschaft muss stattfinden dann kann ich nach westen irgendwas ich am turm getan hat was wir taten hat die gefahr nicht beseitigt nur verlangsamt es gibt noch mehr zu tun wirklich das ist großartig ich meine nicht der gefahr ist nicht vorbeiteiten ist nicht so toll aber aber hey was was immer du bekämpfst dein speer mein hammer wie in alten zeiten er und ich brauche die gesandtschaft jetzt ich kann nicht auf deine heilung warten ein paar tage ruhe nenn ich eigentlich selbst wenn du nicht verletzt wärst was ich tun muss das mache ich besser allein allein war ja klar erend ich störe euch toteltauben nur ungern aber ich bin ziemlich erledigt stell dich nicht so an ich komme es wird ja immer besser hör zu ich lasse mich zusammenflicken in fahrlicht wenn die gesandtschaft stattfinden soll brauchen wir diesen sonnenpriester den gelehrten wadis den kenne ich ich befreie das tal von dornrücken und schickt dann wo dies nach fahrlicht dort treffe ich dich schätze das ist eine art lebt wohl wie bitte du bittest wer das erste mal was willst du damit sagen es vergisst es einfach ja es ist nichts klingt aber nicht so okay gut nach der schlacht beim turm als du fortgehend du bist ohne einen handschlag aufgebrochen leute wie ich haben an deiner seite gekämpft und geblutet aloe und du du haust ab wer tut schon so wasser das leben auf der erde ist in gefahr und nur ich kann es retten das leben auf der erde ja alles wird sterben wenn ich scheitere dann lass mich helfen das geht nicht wir müssen nicht gegen maschinen oder böse typen kämpfen was ich tun muss ich kann es nicht mal erklären nicht mal menschen die mir wichtig sind so viel zu nützlich sein okay erend war der schmiede das war mein stichwort vielleicht sollte ich mit euch nach fahrlicht gehen nein du bist anderswo gebraucht du bist nicht alleine darum kümmern müssen wir halten das ist nur auf ja 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 ne ja Die Osseran sind wohl entschlossen, sich zu wehren. Die Osseran sind wohl entschlossen, sich zu wehren. Der Steinbruch ist sicher. Sven, komm doch mal her. Wir müssen reden. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Die Osseran sind wohl entschlossen. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren brüllen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht. Also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Erwin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Erwin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Aurens Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irwin die gute Nachricht. Und wo er dies? Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Nein, das ist hier. Ich sollte absteigen. Zeit, Olven zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Sie wird spunken. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Mach mal lang rein. Mach mal lang rein. Mach mal lang rein. Wasser Bühnen Jetzt eine Sie